Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video! Wieso Schnucki? Wieso Schnucki? Keine Ahnung wie der mich überhaupt erwischen konnte, weil die Tür war zu. Ja keine Ahnung, ich hab dich nur gesehen vor mir, ich dachte jetzt bin ich tot und dann höre ich nur diese schluchzen und ich so hä, da habe ich hier keine Finger. Ja, bei mir habe ich extra zugemacht. Der ist halt unten in mir gespawnt und bei der Treppe ist er noch mal durchgelaufen. Ja genau, ich habe seinen Kopf von innen gesehen. Der ist in mir gespawnt. Ähm, ich meine Hi! Äh, oh! Eine starke Taschlampe zu viel, dann nehme ich wieder weg. Thermometer haben wir es ja nur, die Pillen fehlt uns noch einmal. Okay, dann haben wir Bewegungssensor, Leucherstäbchen, mehr als genug. Fotoapparat, Pazifix. Ich glaube wir haben alles. Aber wieso Sanjo? Zweimal hintereinander, wieso? Ja unglaublich, weiß er auch nicht. Er muss jetzt im Bus bleiben. Sanjo, ich glaube das liegt am Level. Davor war ich immer die höchste von uns beiden und bin immer gestorben. Ja, wahrscheinlich. Das könnte sein. Okay, Bewegungssensor, Brutifix, Räucher. Ich weiß nicht, aber. William Brown. William Brown redet nur mit alleinstehenden Leuten. Brown. Ein Brownie. Hat das denn irgendwas genommen? Außer Lampe? Ich sehe nichts von Justin. Der Justin läuft mir immer vor die Füß. Und jetzt macht er im Flur Kaka. Ich habe einen Schritt gehört. Habt ihr das auch gehört? Habt ihr das auch gehört? Was denn? Den Schritt? Ja, ich höre auf den nächsten Schritt. Denn hier im Flur hört ihr das nicht? Hört ihr das? Ja, ja, ich höre den auch. Der ist durch ein Bewegungssensor. Bist du hier? Ja, der ist in irgendeinem Flur. Ich glaube in dem hier. Wer bist du? 9,8. Die geht bei mir denn. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Ja, 9 Grad hatte ich gerade. Okay, gut. Acht. Hör mal hin. Jetzt wird's kälter. Also eindeutig. Also eindeutig der Flur. Der andere ist wärmer. Achso, du musst alleine mit ihm reden, Justin. Ist der nur alleine? Ja, nur auf alleinstehende Leute. Okay. Sanyo geht räuchern. Mal schauen, ob das funktioniert direkt. Perfekt, räuchern hat funktioniert. William Brown, rede mit Sanyo. Sanyo, ist bei dir das Licht noch an? Okay, dankeschön. Von hier aus sehe ich gar nix. Wir haben Bock. Perfekt. Ob sich gar keine, weder von der Kamera gegenüber von dir noch bei dir jetzt. Of course. Ja. Ihrer hat es09, wofür ist. Von hier, wo sowas ist. Ich habe das mit... Schöne. Ich habe das mit dabei. Und wir kommen. Also, Feder, gefühlt diese Ressourcen. Und ich habe das mit dabei. Das ist immer noch eine Sache. Dimm was. Ich habe mich auch. Ich habe mich auch. Und du war ganz. Hallo, Sie haben Häufchen bestellt? Noch ein Bild. Hier gerade runtergefallen. Ja, ein Buch. Okay, Ort geht gar nicht. Also EMF, Fingerabdrücke oder Gefriertemperatur. Oh. Verdammt. Wo bist du? Ist der EMF überhaupt an? Muss er nicht. Also EMF, ja. Muss er nicht. Wieso muss er nicht? Ich dachte, du meinst die Box. Ja, ist ein Fußabdruck gewesen. Haben wir schon den Knochen gefunden? Nee, ne? Nee. Nee, ich wollte ja kochen. Genau. Fingerabdruck. Perfekt. Knochen habe ich auch. Mega. Mega. Fällt nur das blöde Grutzefix. Ja, und dafür muss er, glaube ich, handeln. Ich glaube, es tut sich wirklich egal, oder? Ja. Also, soweit ich weiß, wenn er in der Nähe ist, von zählt das. Ja, kann man auch. Verklassen. Also, ich habe Spirit. Ah, ja. Habt ihr fertig? Yes, sir. Oder wollt ihr es denn nochmal reinlegen? Großelig. Nee, egal. Also, mir auch, weil das ist jetzt meine letzte Runde. Danach will ich auch zum Blumen hochgehen. Wollte ich gerade auch, dann sagen. Ja, kein Problem. Egal, wie ihr wollt. Wir sind immer noch bei einem Haufen Prozent. Wenn wir dunkel machen, könnten wir eventuell ein bisschen was herausfordern. Aber sonst? Ja, dann stirbst du mir. Ja. Ja. Raum ab. Ach, du vermisst ihn. Ah, okay. Hallo, William! Okay. Was denn? William, wie hieß der? William Brown. Ja. William Brown. Zeig dich. Lauf zum Kreuz. Wir haben eins da und eins da. William, zeige dich. Spiel da, spiel mit dem Krokodil. Oder auch nicht? Wo bist du? Das hat mich als Interaktion gezählt. Aber spiel da, spiel mit dem Krokodil. William, hast du Brettspiele? Magst du spielen? Was denn? Man soll mit dem Krokodil. Man soll mit dem Krokodil reden. Äh, was? Nein. Guck mal, das Foto ist irgendwie komisch. Ich werde es umgekippt. Hab ich. Hab ich auf Willen. William. Willi. Willi will's wissen. Was? Witzekatze. Nicht nichts ist unmöglich, sondern Willi will's wissen. Willi will's? Schön, du hast ein Foto geklaut. Toll. Mit einer Wienze-Katze. Sehr schön. Genau, dreht dem Geist den Rücken um. Der läuft da gerade hinter zum Zimmer, glaube ich. Wo bist du? Da. Da ist er hingelaufen. William Brown. Wow. Willi. Zeige dich, Willi. Na, Brown Sugar Bear. Wenn der genau hier spawnen würde, auf dem Buch. Wir sind alle hier hinten. Müssen wir marschen. Der kommt. Der geht. Kann er sich entscheiden? Mr. Brown. Oh, hi, Willi. Der war mitten auf dem Kreuz. Mal schauen. Ja, wenn ich jetzt nicht gezählt habe, dann ist es egal. Ich hätte mir jetzt noch ein Foto. Nein. Hat nicht gezählt. Ja, aber wir haben keine Sohn mehr ins Katalog. Hörst du jetzt mal auf mit dem blöden Katalog? Wieso kann man 15 Bilder machen? Also die zählen bestimmt. Ja, du hast eine Katze dabei. Schön. Der hält mir die ganze Zeit die Katze ins Gesicht. Ja, war kein Katzen. Ich bin kein Katzenliebhaber. Ja, schon vorhin. Das ist so toll. Ja, ganz fein. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um mich zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.